Wie wichtig ist Ihnen das Thema Glaube? Ich denke, dass jeder das Recht hat, an das zu glauben, an das, wo er festhält. Für mich geht Glaube dahingehend, so wie ich es lebe, das ist die Nächstenliebe. Sprich, wenn jemand kommt und Hilfe braucht und ich kann sie geben, dann kriegt er die auch. Und da ist mir das auch egal, welchen Glauben der andere hat.